Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Das bringt der Tag. Mein Name ist Antonia Beckermann und dass Sie mich am Nachmittag statt früh morgens hören, hat natürlich einen Grund. Sie haben es heute Morgen bestimmt schon in den Nachrichten gehört. Es war der wahrscheinlich wichtigste Schlagabtausch vor der Präsidentschaftswahl am 5. November. Das große TV-Duell zwischen Kamala Harris und Donald Trump gestern Abend. Ich habe für unseren Podcast This is America mit unserer Korrespondentin Stephanie Bolzen über das Duell besprochen. Wer hat gepatzt, wer hat gepunktet und was für Folgen hat all das für die Wahl im November. Sie können die Folge jetzt hier direkt hören. Und wenn Sie sich generell für US-Politik und den Präsidentschaftswahlkampf interessieren, dann springen Sie danach doch gleich rüber auf Ihrer Podcast-Plattform zu This is America und abonnieren Sie den Podcast. Dann hören Sie jede Woche eine neue Folge. Das waren nur zwei ganz kurze Zitate aus dem vielleicht wichtigsten Schlagabtausch vor den US-Präsidentschaftswahlen am 5. November. Kamala Harris gegen Donald Trump gestern Abend im TV-Duell in Philadelphia. Und beide Kandidaten hatten die Debatte schon vorab als crucial bezeichnet, also als entscheidend für ihren Wahlkampf. Vor allem für Harris war das die Chance, die Amerikaner, von denen viele sagen, dass sie sie nach wie vor nicht richtig kennen, von sich zu überzeugen. Wir sprechen hier gleich darüber, ob ihr das gelungen ist. Konnte sie sich definieren oder wurde sie von Trump definiert? Wie ist das Duell gelaufen? Wer hat gepunktet? Wer hat vielleicht auch gepatzt? Darüber sprechen Stephanie Bolzen und ich jetzt hier bei This is America. Und wir freuen uns sehr, dass Sie dabei sind. USA! USA! Make America great again. And our country is in serious trouble. This is America. Trump gegen Harris. Ours is a fight for the future and for freedom. Die US-Wahlen 2024. Wie die USA um ihre Zukunft kämpfen. We are going to win. And God bless the USA. Stephanie, du hast dir die Debatte ja gestern in Yuma County in Arizona angeschaut. Wie war denn die Atmosphäre dort? Ja, zur Atmosphäre in dem Büro der Republikanischen Partei hier in Yuma erzähle ich dir gleich was. Nur zur Warnung an unsere Hörer. Ich sitze hier draußen gerade. Und wie man das ja kennt in Amerika, vor allem in Arizona, ist es wahnsinnig heiß. Es sind jetzt noch 99 Grad Fahrenheit. Also weit über 30 Grad. Deshalb laufen hier überall Klimaanlagen. Und deshalb hört man leider im Hintergrund ab und zu mal so ein paar Geräusche. Das tut mir sehr leid. Ich wollte die Debatte gerne mit dem lokalen Büro der Republikanischen Partei gucken, weil ich da eingeladen war. Die haben so ein Public Viewing gemacht. Und der Bekannte, der mich da eingeladen hatte, musste mich dann leider wieder zur Tür wieder rausschieben, weil die keine Presse da haben wollten. Die waren extrem empfindlich. Und das passiert einem öfter bei den Republikanern. Die haben nicht so gerne Presse dabei und vor allem nicht bei solchen Veranstaltungen, wo es dann irgendwie um Trump geht. Deshalb bin ich dann erst hinterher zu denen gestoßen und habe dann Leute auf der Straße interviewt. Und ich glaube, das hören wir uns auch später im Beitrag noch an, was die gesagt haben. Und das war nämlich überraschend und deshalb auch sehr spannend. Das war ja das allererste Mal, dass die beiden überhaupt aufeinander getroffen sind. Und es gab vorab schon Diskussionen, ob die sich dann überhaupt die Hand geben würden. Die ist ja da sehr schwungvoll, sage ich mal, auf die Bühne gelaufen. Und es sah fast so aus, als würde er ihr aus dem Weg gehen wollen. Dann ist sie abgebogen und hat ihm dann hinter seinem Pult doch noch kurz die Hand gegeben. Ja, das war in der Tat eine etwas merkwürdige Szene. Also sie kam jetzt vom Zuschauer aus gesehen, kam Kamala Harris von rechts auf die Bühne und Donald Trump von links. Und es war ganz klar, sie wollte ihm die Hand schütteln. Das war schon auch sozusagen der Auftakt dazu, wie sie sich überhaupt in der TV-Debatte verhalten würde. Nämlich immer freundlich, immer respektvoll, nicht von oben herab. Auch nicht, naja, ab und zu ist sie schon unwirsch geworden. Aber sie hat betont sich staatsfrauisch gegeben. Und Trump, hatte man den Eindruck, wollte ihr eigentlich nicht die Hand geben. Das hatte dann zur Folge, dass Kamala Harris so über die halbe Bühne laufen musste, um dann ihre Hand in Trumps Hand zu drücken. Und dann gingen die beiden wieder auseinander. Und tja, am Ende der Debatte, dann haben sie sich nicht mal mehr angeguckt, geschweige denn, die Hand gegeben und sind dann beide ganz schnell von der Bühne verschwunden. Zwei Zahlen, die haben ja schon vorab viel über die Bedeutung dieses TV-Duells ausgesagt. Nämlich einmal zehn Prozent der Wähler, die waren sich laut Umfragen vor dem Duell noch nicht sicher, wen sie am 5. November jetzt wählen werden. Und acht Prozent haben gesagt, dass sie auch auf den letzten Metern noch ihre Meinung ändern könnten. Genau das waren jetzt also die Millionen Wähler, die sowohl Harris als auch Trump gestern im Duell für sich gewinnen oder eben auch vergraulen konnten. Und bislang muss man sagen, Harris hatte ja wirklich wenig Inhalte geboten. Hat sich das jetzt geändert? Wissen die Wähler seit gestern Abend, wer Harris wirklich ist und wofür sie steht? Sie wissen zumindest, dass sie sich gegen Donald Trump behaupten kann und im direkten Schlagabtausch mit Donald Trump auch unter Umständen, dass da Trump den Kürzeren zieht. Sie hat, das fand ich auffallend, man hatte den Eindruck, dass ihr Team diese Kritik angenommen hat, dass sie zu wenig inhaltlich sagt. Und gleich bei der ersten Frage, da haben die ABC-Moderatoren nach der Wirtschaft gefragt, da hat sie gleich einen ganzen Katalog von Zahlen runtergerattert. Da konnte man kaum noch folgen, 3.000 Dollar hier und 6.000 Dollar da für Kinderzuschüsse oder andere Zuschüsse. Das klang ein bisschen so, werft mir bloß nicht vor, ich habe nichts Inhaltliches zu bieten, ich habe ja doch was Inhaltliches. Also wissen die Amerikaner jetzt mehr, wer Kamala Harris ist? Am Anfang hat sie es halt versucht mit den Zahlen, auch ein bisschen davon geredet, wo sie herkommt und dass sie eine Politik machen will für die Mittelschicht. Aber dann ist im Grunde die ganze Debatte weggegangen von dem Vorkoreografierten oder den Scripts, die sie vorher hatte, weil darüber reden wir jetzt gleich noch, es teilweise dann doch etwas entglitten ist. Zum Thema entglitten, die Sorge bei Trump war ja ehrlicherweise vor allem, dass ihm einiges entgleitet. Und auch Harris hat gleich am Anfang an die Zuschauerinnen und Zuschauer gerichtet, das hier gesagt. Sie erwarte also an diesem Abend vor allem Lügen und Beschwerden von Trump. Inwiefern hatte sie recht? Wie hat Trump sich geschlagen? Trump war die ersten 10 oder 20 Minuten sehr kontrolliert, sehr kühl und sachlich und hat auch seine Argumente vorgetragen. Und dann ist es schon fast so ein Muster, das war auch beim Parteitag in Milwaukee Mitte Juli so. Da hat er auch die ersten 10, 20 Minuten sehr staatsmännisch gesprochen. Das war ja kurz nach dem Anschlag von Butler, wo sein Team wohl auch die Hoffnung hatte, dass er sich als etwas gemäßigteren Menschen darstellt und auch so rüberkommt. Aber dann nach 10, 20 Minuten ist es irgendwie so, als wenn Donald Trump sich dann nicht mehr wirklich beherrschen kann. Und so war es diesmal auch. Und sie triggert, sagt man da auf Neudeutsch, Kamala Harris triggert irgendwas in ihm. Und das ging dann los, damit, dass Harris sagte, dass die Erwaltveranstaltungen von Donald Trump so ermüdend und so langweilig seien, dass die Leute da entweder gar nicht hinkommen oder schon früher gingen. Und die Moderatoren wollten Trump dann eigentlich eine andere Frage stellen. Und der ist dann sofort sehr schnippig geworden und hat gesagt, nein, ich will jetzt erst darauf antworten. Und dann hat er ihr halt vorgeworfen, dass doch eigentlich ihre Veranstaltungen ganz langweilig seien und dass sie die Leute dafür bezahlen würde und mit Bussen dahin karrt und so weiter. Und das war schon fast so ein bisschen Kindergarten, wie Kinder, die sich im Sandkasten mit Sand beschmeißen. Harris hat dann auch gelacht, aber gar nicht so in der arroganten Art, sondern fast schon amüsiert. Und Trump wurde irgendwie immer boshafter. Und so hat er dann auch ein paar Lügen an den Tag gelegt. Also zum Beispiel hat er gesagt, dass beim Thema Abtreibung, darüber reden wir gleich auch nochmal, dass es gesetzlich möglich sei, dass Babys bei der Geburt exekutiert werden. Er hat wirklich exekutiert werden gesagt. Was absolut nicht stimmt, da ist er auch korrigiert worden von den Moderatoren. Und dann hat er auch, und da müssen wir gleich, glaube ich, nochmal im Detail drüber reden, diese Geschichte erzählt in Springfield, in Ohio, wo angeblich Migranten die Haustiere der Bürger dort aufessen. Oh ja, den Ton hören Sie gleich auch noch. Noch eine Sache vorab. Trump hat natürlich auch versucht, Harris immer wieder persönlich anzugreifen und hat da einen Satz gesagt, den wir schon häufiger von ihm gehört haben, nämlich diesen hier. She's a Marxist. Everybody knows she's a Marxist. Hat sie sich dann irgendwie von ihm verunsichern lassen? Nein, das ist genau der Punkt. Sie hat sich halt überhaupt nicht verunsichern lassen. Sie hatte ihre so ein bisschen Standardsätze drauf nach dem Motto, ach, das ist ja immer wieder das alte, müde, langweilige Drehbuch. Aber sie hat auf eine geschickte Art reagiert auf seine Anwürfe, eben mal zu lachen, den Kopf zu schütteln, aber nie ausfallen zu werden und sich vor allem nie auf dasselbe Glatteis führen zu lassen, auf das Trump sich hat führen lassen. Dann lass uns ein bisschen in die Themen reingehen. Gestartet ist die Debatte ja mit dem Thema Wirtschaft, Inflation, das Thema, das gerade da sehr, sehr viele Leute natürlich beschäftigt. Und das hier sind Harrys allererste Worte gewesen auf die Frage, ob die USA denn nach vier Jahren Biden jetzt besser dastehen. So, I was raised as a middle class kid. And I am actually the only person on this stage who has a plan that is about lifting up the middle class and working people of America. I believe in the ambition, the aspirations, the dreams of the American people. And that is why I imagine and have actually a plan to build what I call an opportunity economy. Sie sagt also nochmal, dass sie selbst als Kind in der Mittelschicht aufgewachsen ist und eben für diese Mittelschicht und auch für die Arbeiter etwas tun möchte. Sie glaube an die Ambitionen, an das Streben und an die Träume der Amerikaner und habe deswegen eben einen Plan, den sie Opportunity Economy nennt. Steffi, was meint sie damit? Antonia, ich weiß es nicht. Also das ist eine der Fallstricke von Kamala Harris. Opportunity Economy, das hört sich super an. Aber mir zumindest hat sie noch nicht verständlich erklärt, was sie damit überhaupt meint. Und auch der allgemeinen Wählerschaft hat sie das nicht erklärt. Wie gesagt, sie hat ein paar Programme genannt, wie Child Credits, also Steuererleichterungen für Kinder und Bezuschussungen beim Kauf einer ersten Immobilie. Das liegt auf dem Tisch. Aber was diese Opportunity Economy sein soll, da bleibt sie wirklich jede Antwort schuldig. Und das ist das, wo sie sich angreifbar macht. Und das ist auch das, was, denke ich, am Ende dieser Debatte steht. Ja, die war gut, Kamala Harris, die hat sich gut geschlagen gegen Trump. Hat sie aber am Dienstagabend denjenigen Antworten gegeben, die sich täglich überlegen müssen, wie sie mit ihrem Gehalt und ihrem Einkommen das tägliche Leben bestreiten müssen. Ob sie diese Antworten gegeben hat, da bin ich mir nicht so sicher. Dann lass uns doch gleich zum nächsten großen Thema kommen, gerade schon angesprochen, das Thema Migration. Das kam von Trump ja auch immer wieder auf, auch bei anderen Themenbereichen, wo es eigentlich gar nicht drum ging. Es ist ja auch sein wichtigstes Thema. Und hier ist nochmal das Zitat, was du eben schon erwähnt hast. Ja, der Moderator David Muir hat dann ja sofort gesagt, dass das nachweislich falsch sei. Aber Migration, Stefanie, konnte Trump bei seinem Leib- und Magenthema punkten? Trump kann mit dem Thema Migration auf jeden Fall punkten. Einfach aus dem Grund, weil das das Thema ist, das den Leuten sehr auf der Seele brennt. Nach Wirtschaft ist es das Thema, das am meisten von den Bürgern genannt wird, wenn sie gefragt werden, welche Sorgen und Ängste sie haben und warum sie welche Partei am 5. November wählen. Und auch am Dienstagabend, als ich mich nach der Debatte dann noch mit ein paar Republikanern unterhalten habe, da ging es sofort wieder um das Thema Border, also Grenze und damit Migration. Und Trump hat fast ein halbes Dutzend Mal während der 90 Minuten auch an Stellen, wo es überhaupt nicht um Migration ging, immer wieder zu Migrationen gesprochen. Also einmal halt diese bizarre Geschichte aus Springfield, dass dort Migranten die Haustiere von den Leuten, die da wohnen, aufessen. Und dass da auch Haustiere verschwinden, was eben überhaupt nicht belegt ist. Aber er kommt dann immer wieder auf sein Schlagwort Migrant Crime zurück. Also Migrant Crime ist so ein Slogan, den er geformt hat und den er versucht, den Wählern einzubläuen, dass eben durch die steigende Migration auch die Kriminalität in den USA angestiegen sei. Richtig ist, die Migration ist gestiegen, bis vor wenigen Monaten sogar sehr, sehr stark. Die Kriminalität ist aber nachweislich nicht gestiegen. Also das passt nicht zusammen. Da versucht Trump, was zu projizieren, was Ängste auslöst und weshalb die Leute eben denken, dass sie Trump wählen müssen, damit in Anführungszeichen die Migration aufhört. In der Debatte ging es natürlich auch um Außenpolitik, um Israel, um die Ukraine. Trump wollte ja nicht darauf antworten, ob er einen Sieg der Ukraine will. Er hat dann gesagt, dass er schnell einen Frieden herstellen will. Wie? Das hat er auch nicht gesagt. Aber er hat natürlich wieder klar gesagt, dass die Europäer mehr zahlen müssen, weil sie die USA um 150 Milliarden US-Dollar, Zitat, betrogen haben. Stefanie, welche Aussagen von den beiden Kandidaten waren denn für uns in Deutschland besonders wichtig? Beide waren auf ihre Art wichtig, weil einer von den beiden wird gewählt und diese Wahl wird Konsequenzen für Europa und für Deutschland haben und eben besonders in Bezug auf die Ukraine. Wir haben da am Dienstagabend nichts Neues gehört. Trump hat behauptet, er hätte halt ein super Verhältnis zu Putin und auch ein super Verhältnis zu Zelensky. Letzteres ist ganz sicher nicht der Fall. Da gab es ja vor Jahren diese Affäre, als Trump versucht hat, Zelensky dazu zu bekommen, Aussagen zu machen oder Informationen zu liefern über Hunter Biden, den Sohn von Joe Biden. Und das hat Zelensky nicht getan. Und seitdem ist dieses Verhältnis wohl sehr zerrüttet. Trump hat dann eben auch wieder die Europakeule rausgeholt, dass die Europäer nicht zahlten, dass sie die Amerikaner über den Tisch zögen und die Amerikaner 150 Milliarden US-Dollar mehr gezahlt hätten bisher. Das stimmt alles überhaupt nicht. Das sind Zahlen, die nicht richtig sind. Und dann hat er auch, und das zum Thema Lügen, hat er auch gelogen und hat gesagt, vier Tage vor Beginn des Krieges sei Kamala Harris zusammengetroffen mit Putin und mit Zelensky und kurz danach sei der Krieg ausgebrochen. Das stimmt auch nicht. Also was stimmt, ist, im Februar 2022 war Kamala Harris in München bei der Sicherheitskonferenz und hat da tatsächlich Zelensky gesehen, aber Putin war gar nicht da. Und zu Harris, die hat auch wiederholt, was sie schon oft gesagt hat, dass Amerika eben eine globale Führerschaft in der Welt übernehmen müsse und dass das nur ginge im Bündnis mit anderen Alliierten, die eben dieselben Werte teilen, Länder der NATO. Von daher, da hat man also nicht wirklich was Neues gehört. Gab es dann irgendein Thema, bei dem jetzt beide in Schlingern gekommen sind? Ich denke, das Thema Abtreibung ist für beide Seiten schwierig. Das klingt beinahe überraschend, aber es ist eben enorm komplex, enorm schwierig und natürlich hochemotional. Trump hat das Problem, dass er durch die Besetzung des Supreme Court, die er ja maßgeblich mitverantwortet, wo jetzt eben diese drei ganz konservativen Richter während seiner Amtszeit an den Supreme Court gekommen sind, und eine Folge davon eben war, dass im Juni 2022 Roe vs. Wade gekippt wurde, also das national geltende Recht auf Schwangerschaftsabbruch. Die ganz extremen Pro-Life-Anhänger, also die ganz extremen Abtreibungsgegner, die erwarten von Trump aber jetzt noch mehr. Die wollen, dass er eben ein nationales Abtreibungsverbot verhängt. Trump weiß aber genau, dass das bei einer ganz großen Mehrzahl auch in seiner eigenen Partei überhaupt nicht gut ankäme. Und deshalb beruft er sich immer daraus, er habe ja aber doch dieses Thema jetzt an die Bundesstaaten zurückgegeben durch das Urteil des Supreme Courts und die könnten ja jetzt entscheiden. Das Problem ist nur, dass in manchen Staaten so extreme Maßnahmen, und darüber haben wir auch schon gesprochen in anderen Sendungen, so extreme Maßnahmen durchgesetzt wurden, dass eine Abtreibung selbst im Fall von Vergewaltigung und Inzest und Gefährdung des Lebens der Mutter gar nicht mehr möglich sind. Und es gibt zehntausende Amerikanerinnen, die vor dem wirklich schwierigen Problem stehen, dass sie nicht wissen, wo sie eine Abtreibung machen können und durchs Land reisen müssen oder teilweise eben auch illegale Abtreibung vornehmen lassen müssen. Und das ist natürlich eine Seite der Medaille, die dann wiederum den Demokraten in die Hände spielt, weil die sagen, dass die Republikaner den Frauen Amerikas das Recht auf Gesundheit verwehren. Für Harris ist es aber auch schwierig, weil sie sich eben auch nicht festlegen will, was soll denn jetzt die Frist sein. Also sie schlingert da auch ein bisschen. Und bis zum Sommer 2022, muss man sagen, war das national geltende Abtreibungsrecht ja auch im Vergleich zu Europa vor allem und vor allem im Vergleich zu Ländern wie Polen oder Malta, sehr, sehr liberal. Und Harris will sich da nicht festnageln lassen, in welche Richtung sie geht. Und deshalb ist sie auch ausweichend. Sie gibt da auch keine konkreten Ziele oder Fristen vor und geht stattdessen dann immer über zum Angriff auf Trump. Ich würde noch eine Frage gerne stellen, nicht direkt zu Harris und Trump, sondern zu den Moderatoren. Nach dem letzten TV-Duell von Trump, damals noch gegen Joe Biden, gab es ja große Kritik an den beiden Moderatoren Jake Tepper und Dana Bash, weil sie die Aussagen der beiden nicht wirklich gefaktcheckt haben. Wie lief das jetzt gestern Abend ab? Wie war das ABC-Moderatoren-Duo? Das waren ja Lindsay Davis und David Muir. Um mal ein bisschen eine Lanze zu brechen für unsere Kollegen. Es ist ja auch wirklich extrem schwer, in einem Live-Interview vor allem bei jemandem wie Donald Trump, der eine Behauptung nach der anderen aufstellt, die bizarr und krass und sonst was sind, die mal eben Facts zu checken oder auch gleich die Fakten im Kopf zu haben. Aber das stimmt jetzt beim ABC-Interview, ist es mindestens zweimal so gewesen, dass er unterbrochen wurde von den Moderatoren. Einmal, als er eben behauptet hat, dass in Amerika illegal Kinder sogar bei der Geburt noch getötet werden könnten. Da hat der Moderator interveniert und hat gesagt, das stimmt nicht. Und das Zweite war, als Trump dann diese bizarre Geschichte erzählt hat von den Migranten, die jetzt Hunde fangen und verspeisen. Da haben die Moderatoren auch interveniert und gesagt, sie hätten eben nachgefragt in dem Ort bei der Verwaltung und die Verwaltung hat gesagt, diese Fälle sind ihnen nicht bekannt. Also von daher war das ein bisschen besser. Ich muss sagen, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass aus Sicht der Republikaner sich Trump sehr ungerecht behandelt fühlt. Und ich muss wirklich sagen, das müsste man jetzt noch mal in Ruhe auswerten. Aber wenn man sich die Fragen anguckt und wie sie gestellt wurden, dann sind die ABC-Moderatoren mit Kamala Harris deutlich, deutlich sanfter umgegangen als mit Donald Trump. Dann natürlich zum Abschluss die Frage, die uns alle interessiert und die wahrscheinlich für dich und für alle super schwierig zu beantworten ist. Die Umfragen sind ja denkbar knapp. Die New York Times hat es schon gesagt, die Flitterwochen für Kamala Harris sind vorbei. Die Zahlen haben sich wieder angenähert. Wir wissen, es ist eine Glaskugel. Aber was glaubst du jetzt nach der TV-Debatte? Wie könnte sich das ändern? Wer hat aus deiner Sicht jetzt die besseren Chancen, mehr Wähler gewonnen zu haben? Mein Bauchgefühl ist, und das hat natürlich überhaupt keine empirische Grundlage, dass sich gar nichts ändert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nur die Tatsache, dass Kamala Harris sich wesentlich besser geschlagen hat, als man es befürchtet hätte, dass das jetzt hunderttausende Wähler umstimmt für die Demokraten. Was man heute Abend schon sagen kann, ist, dass bei den Demokraten während der Sendung, oder zumindest hat das das Team von Harris rausgegeben, dass schon wieder die Spenden nach oben gegangen sind. Harris hat ja eh schon mehr als eine halbe Milliarde Dollar eingenommen, seitdem sie die Nachfolge von Trump angetreten ist. Und offenbar ist es auch so, dass gleich am Dienstagabend, angesichts der guten Performance von Kamala Harris bei den Demokraten, die Kasse geklingelt hat. Das wiederum bedeutet natürlich mehr TV-Sports, mehr Postwurfsendungen, mehr Radioshows, mehr Mitarbeiter und so weiter, mehr Umfragen. Das ist auf jeden Fall von Vorteil für die Demokraten. Aber das ist so eng, das Rennen ist so eng, auf der nationalen Ebene, aber dann eben auch vor allem in den Swing States, dass ich es vermessen fände, jetzt zu sagen, Harris hat gewonnen und damit hat sie auch gute Chancen, nächste US-Präsidentin zu werden. Auf jeden Fall hat sich jetzt ja auch Taylor Swift geäußert und hinter Harris gestellt. Mal sehen, ob das noch irgendwas bringt. Stefanie, kommen wir zu den Amerikanern. America unfiltert. No, go ahead. Du hast ja direkt in Arizona danach noch mit Terry und Mark gesprochen und sie gefragt, wie das TV-Duell denn aus ihrer Sicht gelaufen ist. Dazu muss man wissen, beide wollen Donald Trump wählen und ihre Antwort auf deine Frage, die waren dann doch sehr unterschiedlich. Was glaubst du, woher kommt, dass da so eine unterschiedliche Wahrnehmung ist? Wie geht das jetzt selbst unter republikanischen Wählern? Die Wahrnehmung der beiden war nicht so unterschiedlich. Ich glaube nur, dass er ehrlicher war. Das waren eben zwei Republikaner hier aus dem Juma Republican Branch, die eben bei dieser Wahlveranstaltung waren. Und er war einfach offener und hat gesagt, Kamala war überraschend gut, die hat das echt prima gemacht. Und er hat das Gesicht verzogen, als er gesagt hat, a lot of people are going to like her. Also eine ganze Menge Leute werden die jetzt mögen. Das hat ihm gar nicht gefallen, aber er hat das eingestanden. Und sie ist dann eher so rumgerudert. Sie wollte es nicht zugeben, dass Kamala Harris überraschend gut abgeschnitten hat und hat dann versucht, das so ein bisschen abzuschwächen nach dem Motto, er hätte ja noch viel schlimmer sein können. Weil sie dann auch sagte, na ja, es gab ja auch schon Gelegenheiten, da war er noch weniger diplomatisch. Also das war so ein bisschen Schönreden davon, dass Trump am Dienstagabend nicht seine beste Leistung abgegeben hat und vor allem viel, viel schlechter war als am 27. Juni, als er gegen Biden angetreten ist. Allerdings hat es Biden ihm bekanntermaßen da ja auch sehr, sehr leicht gemacht. Und deshalb heißt das zweite TV-Duell im Wahlkampf 2024 auch nicht Biden-Trump, sondern Harris-Trump. Und das war This is America für heute. Stefanie hat natürlich zum TV-Duell auch eine Analyse geschrieben. Den Link zum Text, den stelle ich Ihnen dann in die Shownotes. Wir im Podcast sind hier nächste Woche wieder für Sie da und wir freuen uns sehr, wenn Sie This is America bis dahin auf der Plattform abonnieren. Bewerten Sie uns gerne und schreiben Sie uns auch gerne immer eine Mail an usa.welt.de. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich freue mich schon sehr auf Sie in der nächsten Folge. Mein Name ist Stefanie Bolzen und ich denke, nächste Woche reden wir wieder über ein heißes Thema, und zwar aus dem heißen Arizona und das heißt The Border, die Grenze. The Border balance The Border Vielen Dank.